hallo und herzlich willkommen zurück zu wowbookwaffe für heute drehen wir eine runde mit meinem schnell mega smg hier aus zeitgründen wird es halt wie gesagt leider jetzt nur eine runde aber besser als ja dann los geht auch ein interessanter mega wird Wie man sieht, ist es schon ein erster Flotter-Take. Geht, 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 Geht! Geht, 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 Geht! Geht, Geht, Geht! Geht, 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 Geht! Geht, Geht, Geht! Geht, Geht, Geht! Geht, Geht, Geht! Seid, Garantie, Total Illegal! Geht, 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 Geht! 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 Boom, und das war eine schnelle Runde, so wie ich mir das heute vorgestellt habe. Jo, läuft, ne? So muss das aussehen. Okay, in dem Sinne verabschiede ich mich für heute schon wieder. Ich habe jetzt noch einiges zu tun, deshalb wird es halt heute nur eine Folge, eine Runde, aber so schlimm ist das ja alles nicht. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.